Sieh mir medizinisches Marihuana! Hallo! Do just what you want You're the one I trust You must be around When you need some loving, baby Hi! Hi! Professionell, bitte! Was muss ich immer sagen? Mach! Hi und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal! Danke, dass du dieses Video geklickt hast! Wie man schwer im Titel erkennen konnte, geht es darum, dass wir uns heute Fake Freckles machen! Yeah! Ich habe jetzt ein Opfer gefunden, die das mit mir macht, das ist eine Mitpatientin oder mit Freundin auch eigentlich. Oh, okay! Mitpatienten klingt so unpersönlich, ne? Ich hoffe, ich habe keine Scheiße gekauft. Ich habe jetzt bei Amazon eine Henna Farbe gekauft. Eigentlich sollte man es auch erst hier an der Haut probieren, aber dafür haben wir keine Zeit! Wir haben uns jetzt auch bei einer anderen Patientin Kokosnuchöl geklaut. weil... Kokos... Kokosöl! Kokosöl! Und das waren jetzt auf die Stellen auftragen... Wo wir... Mein Pierstag! Ich heule gleich! Oh oh, wieso? Ich bin reingekommen! Tabletten? Hallo? MZ? Ich bin ein medizinisches Marihuana! Bitt! Serious! Also... Das kommt auf die Stellen drauf, wo... Wir ähm... Dann... Äh... Die Henna Farbe auftragen. Fragt mich nicht, wieso? Das habe ich bei einem anderen YouTuber gesehen. Wenn es nicht wird, dann... Make-up hilft, ne? Ja! Wenn es so wie bei Naomi John wird, dann nicht! Aber... Ups! Ist mich hier mit den ganzen... Fettenroten Flecken im Gesicht! Arschlecken! Wir machen das jetzt so ein Punkt aus Basta! Ich habe jetzt keinen Bock mehr! Machen wir aber so! Vor allem wir mal nachts merken wir jetzt auch nicht. Prioritäten müssen gesetzt werden! Ach du heilige Kanone! Scheiße, ich habe keine Schere! Ähm... Ich habe immerhin schon da so eine! Okay, wir wollen wir das einfach haben! Eigentlich nicht! Ich bin nervös! Upsi! Soll ich anfangen? Ja, gerne! Der Spiegel ist voll dreckig! Das ist einfach mein Gesicht! Der glänzt ja! Okay! Schau mal, dass man es da auch sieht, dann okay? Ja, nicht! Der Spiegel! Der Spiegel! Der Spiegel muss ich mich so sehen! Aber dass man es auch in der Kamera sieht! Ich bin echt voll nervös! Oh, die werden voll groß! Nein! 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 Soll ich dir irgendwas holen? Ein paar Pillen wären ganz gut! Wie siehst du das? Oh! Oh! Ist sie bewusst, dass wir nicht so lang rumlaufen? Ja! Ich habe vorhin noch gesagt, ich mache nicht so viele, damit ich es als Ausdruck bekomme! Und bald bin ich im Flow! Oh! Oh! Schaut schon geil aus, oder? Bist du echt klein? So, mit der Farbe zu Gesicht? Ja! Geil! I'm single! Jetzt bist du dran! Okay, wie meine Fans hier an der Seite richtig sexy aussieht! Okay! Passt das so? Siehst du dich? Äh, ja! Ich will mich aber nicht sehen! Jetzt, weil du gehst ja eh runter! Ich dachte schon, warum willst du in mein Kind gehen? Ihr habt immer einen Punkt gemacht! Help me! Ich bin schon zurecht hier! Was? Das sind so kleine Punkte! Das soll immer Sommersprossen werden! Ja! Guck mal, wie viele Punkte ich gemacht habe! Ich habe aber Angst, dass es nicht mehr weg geht! So ein Schwachsinn! Guck mal, wie süß sie macht! Das sieht man gar nicht! Dann guckt man mich an! Ja! Do just what you want! Oh, gut! Sollen die dann rot und schwarz werden! Sollen die dann rot und schwarz werden! We have a guest! Wir sind aber gleich ein bisschen herangesoomt! Muuuuh! Oh mein Gott! Guck mal, wie ich sie gemacht habe! Guck mal, wie sie so ganz leicht nur die ganze Zeit! Hat ihr so ein Zimekdang? Ja! Too fast! Und die so! Warte, glaub doch, du gehst ein Drive-Thru! Help me! Ich glaub ich will ja nicht noch mehr haben. Vorhin hat die Volli Eier, lacht mich an und sagt hier, 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 hier noch. Und jetzt machst du die Volli Muschie. Vielleicht hab ich ja auch eine. Ich auch? Nee, ich nicht. Ah. Kassi hat sich richtig viele YouTube-Videos davon und schon angeschaut, oder? Nicht viele, zwei. Bei wie vielen hat's geklappt? Nein, ich hab hier drei angeschaut. Davon hat bei der Naomi nicht geklappt, bei der anderen schon. Was heißt denn nicht geklappt? Verrscheiß auf. Ich kann's dir gleich zeigen. Dann wär das reich. Du schaust aus wie ein Pferd. Wie ein Pferd! Das lichtet immer beschissener, es tut mir leid. Aber... Ich bin fertig. Zoom mal. Alter, guck mal im Gegensatz. Erstens, ich hab voll den Mondkopf gegenüber von dir. Und guck mal, wie viele ich hab und wie fest man die sieht. Und bei dir... Gar nicht. Aber es wär echt geil, wenn's wirklich funktioniert. Das wär cute, ja. Cute. Wollen wir jetzt noch ein Elefanten auf die Backe machen oder so? Boah! Ich unterschreibe bei dir hier. Du kannst dein Herz dahin machen. Stimmt! Fuckin' Gott! Ja! Okay, warte. Aber dann musst du dazu sagen, dass ich gerne so Herzen auf der Backe trage. Die trägt gerne Herzen auf der Backe. Weil ich in der Klapse wohne. Ah! Das meintest du mit Elefanten? Hier mein Handy. Bei Jessica machen wir jetzt so einen wunderschönen Elefanten. Das sieht man nur hier. Ja. Das machen wir jetzt, Jackie. Fokussier! Haha! Arme haben. Kannst ja machen. Oh! Achso. Ein Kutter. Ich hab mich schon gefreut. Sei nicht so schwanzfixiert, Jessica. Ja. Bin ich nicht. Sie ist nur untervögelt. Boah! Das schaut voll schön aus. Kannst du jetzt bitte so ein Dings machen? Jessica. 21. Untervögelt. Bitte schneid das rein. Bist du lebensmüde? Meine Eltern gucken mir das an. Das schaut voll süß aus. Vor allem mit den Freckles. Das ist jetzt Maya. Das schaut doch voll schön. Fast nicht. Wir dürfen nicht lachen. Oh Gott mein Doppelkinn. Hoi! Schlägst du sie oder schlag ich sie? Die war fast gegen den Fernseher katapultiert. Du! Du Hund. Du Hund. Aber Hunde sind süß. Hunde sind süßer. Hunde sind ja auch flauschig. Und Hund nicht. Ja dann hau mal rein. Was willst du dir denn Tabea? Tabea 18. Liebt Eagle. Ja. Findet Hunde scheiße, aber Eagle flauschig. Alles klar. Oha du hast es voll schön geschrieben. Findest du? Mhm. Danke. Alter mega. Löst die ins Gesicht. Wow sie ist doch ein Talent. Löst die ins Gesicht. Wow sie ist doch ein Talent. Man wird doch überrascht. Ich hab doch ein Talent. Mein Herrn schlägt jetzt rein. Also ähm. Ich google glaube ich gleich nochmal wie lange man das drauf haben muss. Wir fahren jetzt erstmal zu Meckis. Mal gucken ob wir dann in die geschlossene eingespiegeln werden. Gucken wir mal. Eigentlich dürfen wir in der Spatetiba machen. Ja wir sind depressiv. Das geht schon. Ja wir sind depressiv. Das geht schon. Ja wir sind depressiv. Das geht schon. Achtung mein Gesicht. Entschuldige. Stimmt. Danke. Danke. Bitte. Äh. Ich hab ihn verloren. Ich hab in deinem Ausgang keinen Parallel. Ich würde sagen dass wir einfach je nachdem wie lange wir das drauf haben müssen. Dass wir einfach in der Früh morgen oder sonst wann auch immer. Ähm. Ein Update geben. Ja danke. Ein Update geben. Mal gucken ob das ein Kommentareinfall war oder nicht. Ah ich kann. Ich zeig euch noch ähm. wie das ausschaut bei der Naomi John. Und dann. Will ich das sehen. Oh das ist meine Pille. Hahaha. Oh no. Please. Oh god. Mach halt eine Helligkeit von dem Screen runter. Boah ne. Es ist voll viel Arbeit. Vielleicht blende ich es euch ein. Vielleicht auch nicht mal gucken. Peace. Out. Over and out. Over and out. Halt den Arsch über dich. Alle lachen gerade. Wir laufen immer so durch die Klinik. Sie lacht uns den Arsch. Sie lächst sich den Arsch ab. Genau. Das könnt ihr ja eigentlich nicht machen. So. Es ist jetzt der Tag drauf. Und ich bin mega happy. Es ist kein Fail geworden Gott sei Dank. Äh. Ich habe mich aber heute geschminkt. Und. So schauen die aus. Das ist schon eine Töne hier. Aber fürs nächste Mal muss ich auf jeden Fall halt drauf achten, dass ich auch ein paar kleinere mache. Weil die halt jetzt halt ziemlich groß sind. Und das, dass ich hier halt ein bisschen mehr verteile. Aber sonst bin ich mega happy. Die Tabea war auch richtig happy. Und. Ja würde ich sagen. Sukzess. Kann ich jedem nur weiterempfehlen. Ich tue auch unten in die Infobox. Ähm. Die Farbe, die ich benutzt habe mit rein. Weil das ja viele YouTuber nicht machen. Und. Ähm. Ja. Ich habe mich jetzt gerade nochmal abgeschminkt. Ähm. So ganz ohne Schminke. So schon ein bisschen heftig. Also ich muss auf jeden Fall darauf achten, dass ich nichts mal nicht so riesen Punkte mache. Aber. Ähm. Es geht ja eh da ein bisschen runter. Und. Ja. Toll. Da oben ist halt ein riesengroßer. Aber. Also so finde ich, dass es ein bisschen komisch ausschaut. Fuck it. Ja. Übung macht den Meister ne. Also ich probiere einfach mal ein bisschen rum. Und dann kriegt das schon hin. Schau mal ne. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Ich verlinke euch natürlich unten noch meine ganzen Social Media Seiten. Und dann bis zum nächsten Mal. Und dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss. Nein, die habe ich ihren Gestalten gemacht. What the fuck? Junge! Das war witzig.